Hallo liebe Deichstube-Fans, willkommen zur wöchentlichen Analyse mit mir, Tobias Escher, live aus dem Set von Bundesliga, der einzigen Fußball-Sendung der Welt, immer montags, 17 Uhr auf Rocket Beans TV. Wie gewohnt werden wir an dieser Stelle etwas sprechen über das vergangene Spiel von Werder Bremen und die taktische Ausrichtung, die Kohfeldt seinen Mann mit auf den Weg gegeben hat? Da muss man sagen, es war ein Spiel der zwei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hatte Gladbach ganz klar ein Übergewicht, was auch so ein bisschen daran lag, dass Kohfeldt umgestellt hatte, hatte hinten auf eine Fünferkette gebaut, davor so ein Dreier-Mittelfeld und zwei Mann im Sturm. Man wollte das Zentrum verdichten gegen Gladbach, was an und für sich keine schlechte Idee ist, wenn man bedenkt, dass die halt mit Stindl einen Stürmer haben, der sich sehr weit zurückfallen lässt, der immer im Mittelfeld da ist, so ein bisschen ähnlich wie Kruse und mit Kramer-Sakaria eine sehr starke Doppelsechs. Nun standen sie aber, die Bremer, in den entscheidenden Situationen etwas zu weit vom Gegenspieler weg, haben auf den Flügeln nicht gut verteidigt, sodass der nachstoßende Sakaria immer für Überzahlen sorgen konnten und das hat dann wirklich so ein bisschen Bremen das Genick gebrochen, dass sie auch nach vorne keine Entlastung bekommen haben. Aber dann das große Wiederauferstehen, Kohfeldt macht die taktische Umstellung, geht voll auf Offensive, vorne drin mit Johansson, der eingewechselt wurde, Belfodil, der von Anfang an gespielt hat und dann Kruse als Zehner, das sieht man auch nicht alle Tage und damit haben sie dann wirklich Gladbach geknackt. Diese hatten dann Probleme, weil sie in der Halbzeitpause wechseln mussten, Sakaria raus wegen Gelb-Rot-Gefährdung, dann musste auch Kramer raus und dann hat halt Bremen eiskalt diese neu formierte Doppelsex attackiert und Kruse hat sich immer wieder angeboten in den Räumen, die da neben diesen Spielern entstanden ist. Also es war wirklich ein sehr starkes Aufwand mit der zweiten Halbzeit. Besonders gefallen hat mir, wie Werder Bremen das Spiel angegangen ist dann wirklich nach der Pause. Also wirklich die Dominanz gesucht hat, wirklich den Ball haben wollte. Kruse, der dann immer wieder den Ball haben wollte im Mittelfeld. Das ist halt schon ein Unterschied zu anderen Kandidaten im Abstiegskampf. Das ist auch so ein bisschen ein Unterschied zum nächsten Gegner. Wir müssen jetzt zwar eine Woche warten, bis dann das Montagsspiel kommt gegen Köln, aber das wird schon ein vorentscheidendes Spiel, weil die Kölner selbst einen Konterstil pflegen, selbst am liebsten aus dem 4-4-2 oder 5-3-2 das Konterspiel suchen und da wird halt wieder Brems Ballbesitzspiel gefragt sein, aber da mache ich mir gar nicht so viele Gedanken nach der zweiten Halbzeit gegen Gladbach. Wenn man an diese Leistung anknüpft, dann müsste man eigentlich auch die Kölner schlagen können und sich dann mal wirklich, zumindest aus dem Kampf um den direkten Abstieg, so verabschieden können. Mein Tipp ist ein 2-0-Erfolg für Bremen. Ich tippe vor allem auf Kruse, der da sich wirklich wieder im Mittelfeld aufreiben wird und das dürfte auch gegen Kölns Anfälligkeiten in diesem Bereich, in diesem zentralen Mittelfeld zur Geltung kommen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Erfolg beim nächsten Montag. Wir müssen ein bisschen warten. Die fußballfreie Zeit kann man aber auch genießen. Vielleicht, indem man mal bei Rocket Beans TV Bonus Liga anschaut. Also, macht's gut!